Ich beginne mal mit einer kleinen Geschichte zum Einstieg. Es gab 2013 in Leipzig eine Demonstration unter dem Motto gegen jeden Sozialdarwinismus. Es waren ganze 35 Personen aus der linken Szene, die da teilgenommen haben. Nach übereinstimmenden Berichten verlief die Demonstration völlig friedlich. Vor der Demonstration vor ein BEDOKW, ein Beweissicherungs- und Demonstrationskraftwagen, wie man hier auf der Folie sieht, der eine Kamera auf die Demonstrierenden gerichtet hatte. Von der Veranstalterin der Demonstration ist die Polizei mehrfach gefragt worden, ob die Kamera eingeschaltet ist und die Polizei hat das verneint. Die Veranstalterin war aber nicht sicher und wollte das nochmal überprüfen lassen und gegebenenfalls feststellen lassen, dass, wenn hier aufgezeichnet wurde, dass das nicht rechtmäßig ist und hat gegen die Polizei also geklagt. Wieder hat die Polizei gesagt, dass gar keine Bilder angefertigt wurden, seit die Kamera war nicht an. Zwei Jahre später allerdings sollte die Anmelderin der Demonstration wegen Ordnungswidrigkeiten belangt werden, weil sie bei dieser Demo gegen Auflagen verstoßen haben soll. Interessanterweise, und jetzt kommt es, waren der Anzeige Videobilder von eben jener Demonstration beigelegt. Bilder, die ja doch eigentlich gar nicht existieren sollten. Das Gericht hat dann letztendlich festgestellt, dass die Videoaufnahmen, die offensichtlich doch gemacht wurden, rechtswidrig waren. Denn so eine bloße Ordnungswidrigkeit rechtfertigt nicht so einen tiefgreifenden Einschnitt in das verfassungsmäßig verbriefste Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Dieser ganze Vorgang dieser Geschichte reiht sich ein in eine Unmenge vergleichbarer Fälle, in denen sich nur meistens niemand gefunden hat, der es lohnt fand, die Mühen der gerichtlichen Prüfung auf sich zu nehmen. Es sind auch keinerlei Fälle bekannt, in denen Verantwortliche für so widerrechtliches Film mal sanktioniert worden wären. In der Geschichte verdichten sich verschiedenste Aspekte meines Themas. Es geht substanziell um polizeiliche Videoüberwachung von Demonstrationen, darum, wer welche Bilder anfertigen kann, verwendet, bearbeitet oder im Zweifel auch verschwinden lässt. Auf einer allgemeineren Ebene geht es um die politischen und demokratietheoretischen Implikationen und letztendlich um unser Grundverständnis von Polizei in der Überwachungsgesellschaft und im Prozess ihrer zunehmenden Technisierung. Soziologisch gesprochen geht es dabei um etwas, was es eigentlich gar nicht geben dürfte, nämlich das sogenannte soziologische Ermessen oder auch tatsächliche Ermessen. Also das sind die Handlungsspielräume für Beamtinnen und die Organisation Polizei als Ganzes, die nicht rechtlich definiert sind, die nicht der gesetzlichen Definition und dem Selbstbild der Polizei entsprechen, denn sie glaubt, sie sei rechtsdeterminiert, rechtsprogrammiert. Alles, was sie tut, entspringt dem Recht. Ich will das am empirischen Beispiel darstellen, was das bedeutet. Dabei zeigt sich, dass man Videoüberwachung im Normalfall als einen Prozess begreifen kann, als eine Kette von kontingenten Entscheidungen, also nicht determinierten Entscheidungen, Entscheidungen mit Entscheidungsspielräumen. Eine Kette von Entscheidungen, die Ausdruck des juristischen wie des soziologischen Ermessens der Polizei sind. Ich nenne sie Definitionsmachtkette, weil sie am Ende zu dem führt, was Output des Prozesses ist, dem Labeling von Devianz oder Kriminalität. Der Prozess funktioniert so, dass mit jedem neuen Schritt die Kontingenzen, also die nicht determiniertheiten, diese Zufälligkeiten, die Entscheidungsspielräume des vorherigen Schrittes mehr oder weniger unsichtbar gemacht werden. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass der Vorgang eben allgehend ein technischer ist und Objektivationen erzeugt, also objektive Geltung beanspruchende Dinge und zwar mehr Objektivität, als man diesem Prozess tatsächlich zugestehen sollte, wie es beispielsweise der Polizeibeamte aus einer Gruppendiskussion hier in diesem Zitat annimmt. Bevor ich den Prozess im Einzelnen so ein bisschen analysiere, kurz was zur wenig überraschenden Gliederung und damit gleich zum ersten Punkt, der Gegenstand, Videoüberwachung von Demonstrationen. Aus polizeilicher Sicht sind Videoaufnahmen vor allem ein Mittel zur Objektivierung von Tatvorwürfen. Das ist in den Versammlungsgesetzen geregelt und dort gibt es eigentlich recht hohe Schwellen für den Einsatz. Es muss tatsächliche Anhaltspunkte und nicht nur irgendwelche Mutmaßungen oder so geben. Tatsächliche Anhaltspunkte, wirklich Tatsachen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nahelegen. Das heißt, es geht nicht um beispielsweise Ordnungswidrigkeiten oder so wie in der Einstiegsgeschichte. Die Videobilder der Polizei sollen solche Rechtsverstöße auf Demonstrationen im optimalen Fall aus Polizeisicht von der Tatvorbereitung über die Begehung bis am Ende zur Festnahme videografisch festhalten. Das ist letztlich eine polizeiliche Reaktion auf das, was früher eher der Standard war. Ganz viele Leute sind auf Demonstrationen festgenommen worden und alle mussten mehr oder weniger wieder laufen gelassen werden, weil man keine klar zuordnbaren Beweise hat. Also polizeilich geht es um die Erhöhung der Zahl von beweissicheren Festnahmen. Es gibt auch noch andere Motive, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Die argumentative Grundlage der polizeilichen Videoaufzeichnung ist etwas, was man ein dokumentarisches Objektivitätsideal nennen könnte, das darauf auf die argumentative Kraft der Videobilder vertraut, die etwas scheinbar Objektives sind. Aktivistinnen und Bürgerrechtsorganisationen sehen das oft anders, kritisieren die Aufzeichnung als Eingriff in politische und Persönlichkeitsrechte. Sie bemängeln den häufig auch sehr hohe Eingriffsvoraussetzungen. Grundsätzlich werden die Bildaufnahmen oder auch das bloße Vorhandensein von Kameras verstanden vor Gericht als ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und in die Versammlungsfreiheit, die einen geschützten, staatsfernen Raum darstellt. Aber ich kann jetzt leider nicht. Das war auch ein Schwerpunkt meines Forschungsprojekts dazu auf die Frage der Abschreckung oder nicht. Es ist nämlich ein bisschen komplizierter durch Videoüberwachung eingehen. Heute bleiben wir mal bei dem Prozess. Und dazu noch ein bisschen was Begriffliches. Irgendwie hatte ich eine Folie übersprungen, aber um einen kleinen Eindruck zu bekommen. Jetzt ein bisschen was Begriffliches. Der Begriff des soziologischen und tatsächlichen Ermessens soll die folgenden Darstellungen leiten. Der stammt aus der Polizeiforschung der 60er und 70er Jahre. In verschiedenen Studien, die damals gemacht wurden, vor allem ethnografische Studien, wurde untersucht, welche Handlungsoptionen und Handlungspraxen Polizistinnen im Dienst tatsächlich anwenden. Es ging insbesondere darum zu untersuchen, wie Polizei Verdacht gewinnt und wie sie sanktioniert. Und eine der Beobachtungen, die man damals gemacht hat, war beispielsweise, dass es, dass die Normaltendenz des Polizierens ein Underpolicing ist. Das heißt, es wird deutlich seltener sanktioniert, als es eigentlich rechtlich gesehen der Fall sein müsste. Die Forschung hat sich dann in dieser Tradition vor allem dafür interessiert, welche soziologischen oder psychologischen Gründe erklären können, wann es denn jeweils zu Sanktionierungsverhalten kommt und wann das irgendwie unter die Decke fällt. Und da geht es insbesondere um Strukturen und Praktiken der sogenannten Street Cops in der Cop Culture. Und in diesen polizeilichen Praktiken sind vor allem immer wieder Ungleichbehandlungen deutlich geworden. Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass ärmere oder schwächere Gruppen eher mit polizeilichen Maßnahmen rechnen müssen, also mit konkreter Betroffenheit davon. In einer guten Wohngegend beispielsweise wird das gleiche leichte Vergehen häufiger eher mal als ein Ausrutscher mit einer Verwarnung abgetan. Denn die sogenannten üblichen Verdächtigen, im Polizeijargon wäre es das Klientel, in einem sozialen Brennpunkt beispielsweise eher mit einer Sanktionierung rechnen müssen. Das soziologische oder tatsächliche Ermessen hat also die Folge selektiver Sanktionierung. Und das zeigt sich auch auf Demonstrationen. Hier scheinen vor allem zwei Charakteristika von Protestgruppen entscheidend dafür zu sein, ob man von härteren Maßnahmen und stärkeren Eingriffen betroffen ist. Das ist einmal der Grad des politischen Antagonismus oder die Radikalität der Bewegung. Und das zweite Moment ist die Stärke oder Schwäche. Also welche gesellschaftliche Anerkennung, welche gesellschaftliche Beschwerde Macht haben die Akteure. Je niedriger ist auch irgendwie naheliegend oder nachvollziehbar, je niedriger, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von härteren polizeilichen Maßnahmen getroffen werden kann. Man müsste auch nochmal zwei Analyse-Ebenen unterscheiden. Einmal die individuellen und subkulturellen Motive der Cop Culture und andererseits die Imperative der Organisation Polizei. Auf dieser letzten Ebene, der Organisationsebene, spielen beispielsweise Leitlinien eine große Rolle. Also Polizeien, die beispielsweise dem New Public Management Ideal folgen, werden beispielsweise eher in Kriminalitätsprägenpunkte gehen, wo es viele Kleindelikte gibt. Da kann man nämlich viele Leute festnehmen und somit seine Erfolgsziffern optimieren. Für Videoüberwachung ist das auch relevant, weil es da sehr unterschiedlich, also zwischen Bundesländern und einzelnen Städten auch sehr unterschiedlich restriktive oder weniger restriktive Vorgaben gibt. Auf der darunterliegenden Ebene, also neben der Ebene dessen, was auf Ebene der Organisationen geregelt wird, auf der darunterliegenden sozialpsychologischen Ebene der Cop Culture hat sich beispielsweise gezeigt, dass in Interaktion von Polizistinnen mit ihrem Gegenüber der Polizei immer um Aufrechterhaltung ihrer Autorität als ganz zentrales Handlungsmotiv gilt. Also wenn jemand unbotmäßig ist und widerspricht, dann wird das als Angriff auf diese Autorität verstanden. Und das führt zu Sanktionierungsverhalten und zwar aus Strafbedürfnis. Also sanktioniert wird von Polizei häufig nicht das, was ursprünglich mal vielleicht den Verdacht erweckt hat, sondern häufig auch eben das nicht botmäßige Verhalten. Rückwirkend wird das dann natürlich in das Normengefüge, in die Gesetze eingepasst. Das hat Fritz Sack legalistische Rekonstruktionen beschrieben. Also da steht dann am Ende etwas, was den Gesetzen entspricht im Bericht. Das muss aber nicht unbedingt damit zusammenhängen, was man ursprünglich eigentlich mit dieser Maßnahme bezwecken wollte. Wichtig oder anders, auf beiden diesen Ebenen, also Organisationsebene und sozialpsychologische, auf beiden gibt es soziologisches Ermessen. Es gibt verschiedene Gründe für seine Existenz. Dazu gehört ganz basal natürlich, dass schlichtweg grundsätzlich das Legalitätsprinzip dem Polizei unterliegt. Also die strikte Determinierung durch das Recht und das alles, was sie tut, rechtlich begründet sein muss. Und dass beispielsweise jedes Delikt, was ihr zur Kenntnis kommt, auch verfolgt werden muss, dass das schlichtweg nicht umgesetzt werden kann, einfach aus praktischen Gründen. Eine große Rolle spielt da aber eben auch die Cop-Culture, Männlichkeit und starke Kameradschaftsnormen, die die Subkultur der Streetcops prägen, die nicht immer deckungsgleich sind, diese Normen mit den offiziellen Normen der Schauseite der Organisation. Und es gibt natürlich noch das Interesse an Latenzschutz für illegales oder deviantes Verhalten der Polizei, was es gibt, was wir alle kennen. Dazu komme ich später nochmal. Wichtig ist jedenfalls eine Folge des soziologischen Ermessens. Das, was Feest und Blankenburg die Definitionsmacht der Polizei genannt haben. Das soziologische Ermessen sichert der Inhaberin des staatlichen Gewaltmonopols die, Zitat, sozial vorstrukturierte Chance, eine Situation für andere verbindlich zu definieren. Videoüberwachung ist ein Mittel, was die Definitionsmacht verstärkt, die Definitionsmacht der Polizei ohnehin zukommt. Ich werde jetzt eigentlich nicht viel zur Datenbasis sagen, auf der meine ganzen Darstellungen beruhen, nur kurz. Ich habe viele, viele Dokumente natürlich ausgewertet, aber vor allem Interviews und Gruppendiskussionen mit Polizeibeamtinnen, der Bereitschaftspolizei und von Kamerateams und so weiter geführt. Also darauf geht das alles zurück, was ich jetzt immer auch mal mit Zitaten vorstellen werde. Den Prozess von Videoüberwachung bei Demonstrationen darstellen, als einen Prozess, der die polizeilich postulierte Objektivität dieser Bilder de facto eigentlich völlig unterminiert. Im Grunde genommen geht es darum zu zeigen, dass diese Objektivität eine große Fiktion ist. Und da sind wir beim ersten Schritt des Prozesses. Hier stehen so ein paar unterschiedliche Teilaspekte des Ganzen auf Englisch, nur weil ich das gerade nicht auf die Schnelle anders parat hatte. Wird trotzdem, glaube ich, für die meisten ja nachvollziehbar sein. Vorbereitungsphase. Hier geht es um die Protestdiagnose. Also es entscheidet sich, in welcher Stärke mit welchen Einsatzmitteln die Polizei bei einer Demonstration anwesend ist. Hier wird die Frage beantwortet, ob überhaupt Bereitschaftspolizei da ist und damit auch Kameras. Optional dann eben Kameramastwagen, Hubschrauber, gesonderte Filmteams, Drohnen und so weiter. Und schon an dieser Stelle gibt es quasi Biases aus der Polizeiseite. Also man denke an die weit verbreiteten Feindbilder. Da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde drüber erzählen. Letztendlich basieren sie aus Polizeisicht auf einer sehr schematischen, binären Unterscheidung, kleiner Witz hier, binäre Unterscheidung, zwischen guten und bösen Demonstrierenden, zwischen Normalbürgern auf der einen Seite und den Chaoten oder Berufsdemonstranten und so weiter auf der anderen Seite. Krawalltouristen werden sie auch gern genannt. Da gibt es bei der Polizei vor allem die Tendenz, Ziele und Mittel der Protestierenden gleichzusetzen. Das heißt, politische Radikalität wird dann in polizeiliche, rechtliche Gefahrenkategorien überführt. Wenn man die Beamtinnen und Beamten nach Signalen fragt, was sie jeweils konkret als Gefahr deuten, als Anhaltspunkt dafür, dass sie jetzt beispielsweise die Kamera einschalten, weil das im Gesetz ja natürlich nicht jede Definition definiert ist und beschrieben werden kann, findet man da sehr verschiedene Typen von Antworten. Es gibt durchaus Antworten, die eine klare juristische Legitimation haben, also wenn es im Vorfeld Gewaltaufrufe gibt, wenn es gewalttätige Vorerfahrungen mit bestimmten Veranstaltern gibt, bei Konfrontationslagen und so weiter. Es wird aber auch ziemlich deutlich, dass immer wieder auch politische Bewertungen damit eingehen. Also in einem Interview beispielsweise erwähnt ein Polizist, dass da mal eine Demonstration zum Thema Arbeitskampf stattgefunden hätte. Wahrscheinlich hat also etwas, was er wohl, da wird er schon hellhörig. Wahrscheinlich hat auch die eingangs erwähnte Leipziger linksradikale Demo in dieses Schema gefasst. Umgekehrt hat man auch Vorstellungen, welche Art von Demonstrationen unproblematisch und ungefährlich sind. Zum Beispiel wird da eine Studentendemo genannt, die vom Grundanliegen her überhaupt keine Gefahr, das war jetzt ein Zitat aus einem Interview mit Polizei, darstellt. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Entscheidend ist aber, dass die Protestdiagnose der Polizei die Ausstattung mitbestimmt und damit auch die Chance, dass überhaupt videografiert werden kann. Und dass diese Diagnose gerade nicht von politischen Inhalten abstrahiert, sondern sich an hegemonialen Ordnungsvorstellungen sehr stark orientiert. Die zweite Phase, das ist die Durchführungsphase. Ich gehe noch mal kurz auf der Folie zurück. Jetzt sind wir in der mittleren, der Durchführungsphase. Da geht es um die Frage, sind die Kameras ausgepackt sichtbar oder liegen sie nur im Auto für den Fall, dass sie dann vielleicht rausgeholt werden? Werden sie explizit zur Drohung gezeigt? Wird wirklich aufgenommen oder sind sie einfach erst mal nur als abstrakte Drohung da? Und vor allem, wann beginnt die Aufnahme? Also auf welcher Basis, auf Grundlage welcher tatsächlichen oder vielleicht dann doch nicht so tatsächlichen Anhaltspunkte für eine schwere Straftat oder eben doch nur, weil man eine Ordnungswidrigkeit, obwohl das nicht legitimiert ist, vermutet. Ich bringe wieder ein paar Beispiele aus den Interviews, die zeigen, wie groß die Vielfalt des polizeilichen Ermessens in diesen Situationen ist. Beispielsweise sagt ein Beamter, naja, wenn jemand kooperationsbereit ist, dann macht man auch schon mal den Schnürsenkel zu. Also das heißt, man guckt auch mal weg, wenn die Leute sich ansonsten ordentlich benehmen können. Oder es wird immer wieder deutlich, dass Wissen und Beschwerde macht und beispielsweise auch das Thema der Demonstrationen Auswirkungen darauf hat, wie die Polizei damit umgeht. Bei Datenschutzthemen sagte ein Polizist beispielsweise, da frage ich noch mal extra, darf ich das jetzt wirklich? Ähnlich, was ja sehr aufschlussreich ist, wenn man sich das mal andersrum vorstellt. Das heißt, dass er bei anderen Demonstrationen und anderen Demonstrieren sich diese Frage, ob er das wirklich darf, vielleicht gar nicht erst stellt. Ähnliches Zitat. Aber es gibt natürlich auch Situationen oder Einsätze, wo von vornherein schon ein äußerstes Deeskalationsprinzip gefahren wird, wo man sagt, wir wollen uns hier absolut gar nichts vorwerfen lassen. Man kann also auch wiederum daraus schließen, dass es durchaus Situationen gibt, wo die Erwägung nicht angestellt wird, ob man sich was vorwerfen lassen muss im Nachhinein. Es gibt sogar Einheiten, die sagen, sie filmen einfach immer. In Bezug auf die Definitionsmacht der Polizei ist in dieser Durchführungsphase vor allem der Fokus wichtig. Also die Wahl von Bildausschnitt und Zeitrahmen, die liegt bei der Polizei. Die Raumnutzung und damit die Perspektive der Videos ist extrem polizeilich. Es ist in der Regel von außen auf die Demonstration. Das eigene Handeln steht anders als in den polizeilichen Legitimationserzählungen gerade nicht im Zentrum. Das heißt, die Aufnahme hat quasi den Charakter einer Inszenierung, die eine eigene Realität schafft. Da stellt sich die Frage, wie viel wird aufgezeichnet? Wie lang sind die Anhaltspunkte, die man da hat? Der Grund, die gesamte Demonstration zu filmen oder vielleicht nur einen Ausschnitt. Es gibt eine große Varianz auch beim Thema Einschalten. Also es gibt Demonstrationen. Da wird das den einzelnen Beamtinnen überlassen. Es gibt andere, wo Rücksprache gehalten werden muss und andere, wo es einen expliziten Einsatzführervorbehalt gibt. Also wo nur der Leiter, der polizeiliche Leiter des Versammlungsgeschehens anordnen kann, dass jetzt gefilmt werden soll. Zusammenfassend kann man zu dieser Zwischenphase der Durchführungsphase sagen, es entsteht eine Aufnahme, deren schiere Existenz, deren Inhalt und deren Umfang weitgehend polizeilich bestimmt ist und die durch einen genuinen polizeilichen Blickwinkel geprägt ist. Bei Videoüberwachung von Demonstrationen liegen alle Entscheidungen bei der Polizei, anders als bei Bodycams teilweise, wo das auch eine gewisse Automatisierung geben kann. Politisch brisant ist dann insbesondere die Frage der Speicherung und Nichtspeicherung von Daten. Und damit sind wir in der dritten Phase, der Nachbereitungsphase. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Lösungen und Erzählungen über die Praktiken, die bei einzelnen Polizeien gang und gäbe sind, über die Art und Weise und Möglichkeiten des Speicherungs und Löschens. Variante 1 lautet, sämtliche Videoaufzeichnungen werden abgegeben, zentral archiviert und dann halt entweder für Verfahren genutzt oder nach einer gewissen Speicherfrist gelöscht. Bei Großeinsätzen gibt es dazu auch manchmal Sammelstellen, wo alle Medien, Speichermedien abgegeben werden, archiviert werden und so weiter. Es gibt auch durchaus in manchen Bundesländern Vorkehrungen, dass man nicht einfach so löschen kann, indem automatische Indexnummern vergeben werden und so weiter. Die andere Variante ist aber die, dass die einzelnen Beamten direkt live und vor Ort im Einsatz oder später im Revier entscheiden können, dass sie, was sie nicht verwerten können oder wollen, direkt löschen. Da kann ein Löschvermerk angelegt werden, das aber nicht zwingend. Noch ein Zitat nochmal. Da hat man also eine Minute aufgenommen, sagt sich eigentlich, ach naja, das ist jetzt nichts. Und der eine Kollege löscht das dann und der andere sagt, einfach um sich den Vorwurf nicht gefallen lassen zu müssen, so nach dem Motto, naja, was haben Sie denn da gelöscht, gibt der eine oder andere das halt ab. Und ein anderer sagt, du, wenn ich nichts habe, was soll ich da jetzt hier Archivnummern ausfüllen und Arbeit schaffen? Ist ja aber auch, also beide Wege sind möglich. Als möglicher Löschgrund wird immer wieder die Minimierung von Arbeitsaufwand genannt. Aber diese Praxis des individuellen Löschens würde natürlich auch die völlig unproblematische Löschung von Videomaterial erlauben, dass der Polizei nicht opportun erscheint. Aber bleiben wir mal bei Material, das ich als relevanter weiß, das irgendwie gespeichert wird und eine Strafakte eingeht. Dann kommt der nächste Schritt, nämlich die Bearbeitung des Videomaterials. In den Strafakten findet man nämlich manchmal das Rohmaterial, manchmal zusätzlich noch bearbeitetes und manchmal ausschließlich bearbeitetes Material. Da werden relevante Szenen verlangsamt, rausgeschnitten, nebeneinander gestellt, Details werden herangesoomt oder das Video wird aufgehellt. Es können auch bestimmte Aspekte durch Markierungen hervorgehoben werden. Das Ganze wird bei einer schriftlichen Erläuterung begleitet, also sprich einer direkten Interpretation. Also nochmal eine mündliche Einordnung dessen, was man sieht, nochmal eine Vereindeutigung. Es können auch zusätzliche Bilder, die man dann im Internet vielleicht noch gefunden haben, Eingang finden und so weiter. Zusammengefasst heißt das, dass dieses hochperspektivische Material an dieser Stelle nochmal eine starke Vereindeutigung erfährt. Die Polizei ist darauf aus, eine konsistente Geschichte ihrer Sicht auf die Dinge zu erzählen. Deren Ziel ist es, die Verurteilung zu erreichen, die Verurteilung des oder der Verdächtigen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass am Ende dieses Prozesses irgendwie eine Fälschung rauskommt oder ein Hirngespinst oder sowas ohne Realitätsbezug. Aber es sollte bisher zumindest schon deutlich geworden sein, bevor das Gericht in seiner Verhandlung am Ende rekonstruiert, wie es wirklich war, wurden schon eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen, die die möglichen Sichtweisen auf das Geschehen stark eingeschränkt haben. Die explizite Fälschung oder das Verschwindenlassen von Videos, die beispielsweise die Konsistenz der angestrebten Story nicht stützen, sind da quasi nur das Extrembeispiel. Es gibt also eine faktisch große Variationsbreite, was die Tiefe des Eingriffs in das Material angeht. Das größte Extrem wäre dann die Verfälschung oder Unterschlagung von Material. Auch das ist Teil der empirischen Realität. Wir haben leider nur keine genaue Vorstellung davon, weil das ein Bereich der Polizeidevianz ist, der, wie wir wissen, in der Regel schön unterm Radar läuft und wo kein Interesse besteht, genauere Einblicke zu gewähren. Ich will es an einer weiteren Geschichte verdeutlichen. Die Geschichte vom Anfang gehört ja auch schon in diesen Bereich. Aber es gibt noch eine bessere, nämlich, die das noch extremer zeigt, den Fall Lothar König. Der Fall kann als Beleg dafür dienen, wie weitgehend das Ausnutzen der polizeilichen Gestaltungsspielräume im Gesamtprozess quasi das Ideal der dokumentarischen Objektivität in seinen Gegenteil verkehren kann. Moment. Lothar König, wir sehen ihn hier auf dem Bild. Jena Jugendpfarrer war von der Staatsanwaltschaft in Dresden angeklagt worden, bei Protesten gegen Rechtsextreme im Jahr 2011 aufwieglerisch agiert und zu Gewalt gegen die Polizei aufgerufen zu haben. Im Laufe des Prozesses sind dann durch einen Zufall im Grunde genommen nur große Mengen ungeschnittener Videos der Polizei aufgetaucht, die vorher nicht in den Akten waren und die den Aussagen und den vor präsentierten geschnittenen Polizeivideos vollständig widersprochen haben. Der Prozess ist daraufhin auch ausgesetzt und am Ende eingestellt worden. Es ist unklar, wieso sich dieses Videomaterial nicht von Anfang an in der Prozessakte befunden hat. Denn der Anwalt war, wie gesagt, nur zufällig darauf gestoßen. Der Polizist, der diese Videos geschnitten hatte und das andere Material unterschlagen hatte, der Polizeiobermeister Mike U., wurde wegen des Vorwurfs der Manipulation von Videomaterial in diesem Fall und auch im Fall Tim H. selber Gegenstand eines Strafverfahrens. Also man sieht, dass es sogar bis zur direkten Manipulation kommen kann. Also man muss sich vorstellen, da gab es Videos, die hat, also gerade im Fall Tim H., der hat das selber als Riot Porn bezeichnet, in denen Bilder produziert wurden mit brennenden Bildrändern und so weiter. Also richtiggehende filmische Inszenierung, die das Ziel hatten, quasi die betreffenden Personen an den Pranger zu stellen und am Ende zu beurteilen. Also das auch so weit kann es gehen. Manipulation und wahrscheinlich auch natürlich kann es zu Löschungen kommen. Aber wann das genau passiert, das können wir im Grunde genommen nicht wissen. Und damit zu meinen Schlussfolgerungen. Ach so, halt gleich. Als Fazit. Also der Einsatz von Videoaufzeichnungen durch die Polizei auf Demonstrationen und die anschließende Nutzung oder nicht Nutzung des Materials kann man also als eine Kette von Entscheidungen verstehen, die dazu beitragen, polizeiliche Definitionsmacht herzustellen oder zu stützen zumindest. Ohnehin hat die Polizei eine große Chance zur Durchsetzung ihrer Deutungen als verbindliche. Also Polizeiberichte werden von den Medien in der Regel als besonders glaubwürdig aufgenommen. Erst 2018, glaube ich, war es, hat der Deutsche Journalistenverband gesagt, ist auch die Maßgabe rausgegeben, dass auch Polizeimeldungen Quellen sind, die wie andere gegengecheckt werden müssen. Bis dahin galt das schlichtweg nicht. Polizeizeuginnen genießen vor Gericht ein hohes Vertrauen. Polizei und Staatsanwaltschaften sind eng verquickt. Auch eine der wichtigsten Ursachen für die geringen Verurteilungsquoten bei illegaler Polizeigewalt. Die Polizei ist ein anerkannter Primary Definer. Also jemand, der legitim Gegenstände definieren kann und der in der Glaubwürdigkeitshierarchie ganz weit oben steht. Dazu kommen noch weitere Asymmetrien im Protestgeschehen. Dazu dieses Bild. Beispielsweise das Vermummungsverbot für Demonstrierende auf der einen Seite, während die Polizei selbst hochgradig uniformiert und entindividualisiert auftritt. Im Videoüberwachungsprozess haben wir also etwas vor uns, was ich Definitionsmachtkette nenne. Sie beginnt mit der Entscheidung über die Bereithaltung von Kameras, geht über das Ob und das Wie des Einsatzes bis hin zur Entscheidung, ob die Daten gespeichert werden und im Fall der Nutzung über die Selektion bis hin zur Manipulation von Videomaterialien. Bei jedem Schritt in dieser Kette besteht ein tatsächlicher großer Ermessensspielraum, teilweise für die einzelnen Beamtinnen, aber auch für die Organisationen als solche. Noch mal kurz zusammengefasst. Was sind die Gründe für die Existenz des soziologischen Ermessens in diesem Feld, wie die Überwachung von Demonstrationen? Grundsätzlich gilt erstens, Polizeihandeln ist rechtlich unterdeterminiert. Nicht jeder Fall kann rechtlich geregelt werden. Die Situation des Protests ist zudem eine Konfliktsituation, in der die Polizei eben nicht ein neutraler Beobachter ist, sondern sie ist eine Konfliktpartei. Auch mit Wissen über das Gegenüber, mit einer geteilten Konfliktgeschichte, teilweise sehr starken Feindbildern. Die Demonstrierenden sehr häufig als Gegnerinnen und Gegner auch begriffen werden. Zum Dritten kommt dazu, dass Autoritätsmahrung der modus operandi polizeiliche Aktivität ist. Raphael Bär beschreibt das schön, die strukturelle Unfähigkeit, Schwäche zu zeigen, zurückzuweichen, Unsicherheit zuzulassen, Selbstkritik zu üben und so weiter. Das paart sich mit dem Willen, Straftäter zu überführen. Also eine Tendenz zur Vereindeutigung rührt aus dem Willen, Leute zu bestrafen. Was diese beiden Zitate auch nochmal deutlich machen sollten, auch aus diesen Gruppendiskussionen. Und fünftens, ein weiterer Grund insbesondere für die Manipulation ist selbstverständlich der Latenzschutz für Illegalität. Im Versammlungsgeschehen ist illegale Polizeigewalt ein großes Problem, aber auch ganz grundsätzlich und strukturell ist Illegalität teil polizeilichen Handelns. Und dabei geht es häufig durchaus auch um das, was Luhmann brauchbare Illegalität genannt hat. Die entsteht immer dann, wenn es eine widerspruchsfreie Normordnung gibt, also die Gesetze und Regelungen und so weiter der Polizei, die mit einer Umwelt kollidiert, die so eine bruchlose Umsetzung der Normen letztendlich nicht zulässt. Im Falle der Polizei beispielsweise wegen Ressourcenknappheit und so weiter. Luhmann erwähnt aber auch in seinem Text die Kosten, die so eine brauchbare Illegalität mit sich bringt. Man muss sie latent halten. Man muss, dass sie eigentlich funktional für das System ist, muss man verbergen und dann als individuelle Abweichung bestenfalls personalisieren. Dazu gibt es dann eben die Erzählung über den sogenannten Widerstandsbeamten und im Zweifelsfall muss man sie eben schützen und verstecken. Ich will mich jetzt nicht mehr diesen allgemeinen Mechanismen widmen, sondern ganz zum Schluss nochmal ein paar Spezifika das dargestalten und die dort vorgenommenen, insbesondere durch Technik vorgenommenen Abstraktionen verdeutlichen. Abstraktion durch Technik. Wenn wir den Prozess vom Ende her durchdenken, sehen wir welche Rolle die Sachtechnik, also Computer, Kameras, Bildbearbeitungssoftware und so weiter spielt, um das Beweismaterial am Ende als objektive Repräsentation des Geschehen hervorzubringen. In jedem Schritt der Kette erfolgen Objektivierungen. Und diese Objektivierungen werden im Folgeschritt dann vorausgesetzt. Die Voraussetzung ist aber weitgehend unsichtbar gemacht. Also wenn bei der Staatsanwaltschaft beraten wird, was auf dem Bildausschnitt genau zu sehen ist, wird nicht nochmal beraten, wieso denn überhaupt gerade dieser Ausschnitt vorliegt und nicht ein anderer, wieso überhaupt eine Kamera an dieser Stelle war und nicht an einer anderen. Die Interpretation am Ende ist ein objektiviertes Resultat des Gesamtprozesses und was dazwischen eigentlich passiert ist, verschwindet in dieser Blackbox. Zum Zweiten ist es eine Abstraktion vom Sozialen. Das ist etwas, was Bernd Berliner im Hinblick auch räumlich fokussierte Kriminalpolitik analysiert hat. Also die Abstraktion des Rechts, der bürokratischen Vorgänge und dann durch die technologisch vermittelten Objektivierungen, die abstrahieren von dem gesellschaftlichen Konflikt, der dahinter steht. Und sie abstrahieren beispielsweise auch ein bisschen konkreter von dem Gesamtprozess der Demonstration. Alles wird auf den isolierten Rechtsbruch hin abstrahiert. Objektivität wird dabei simuliert und der Konstruktionscharakter bei der Hervorbringung solcher Evidenz wird systematisch ausgeblendet. In meinen Interviews sieht man das ganz, das ist wirklich spannend, also als Kontrast zwischen der Darstellung, wie man faktisch vorgeht und den Legitimierungserzählungen. Die Legitimierungserzählungen gehen nämlich so. Alles folgt ganz streng den gesetzlichen Vorgaben. Wer nichts zu verbergen hat, dem führt auch keine Überwachung. Die Maßnahmen werden ganz, ganz sparsam eingesetzt. Wir zeichnen alles gleichmäßig auf. Also alle Akteure sind im Blick. Alle sind überführbar, also auch die Polizei selbst. Also kurz das Gesamtgeschehen ist objektiv erfasst. Omnipräsent ist eine Erzählung über die Rechtsbindung. Beispielsweise auch, dass die Polizei sich ganz stark an alle ihre Handlungsfreiheit einschränken, Gerichtsurteile hält und so weiter. Das Recht wird also als Legitimationsressource genutzt und dann zur Deutung oder auch nachträglichen Umdeutung des eigenen Handelns. Aber das Recht ist nur ein Handlungsmotiv unter vielen. Das wollte ich im Grunde genommen deutlich machen. Die Rechtsdeterminiertheit des Handelns der Polizei ist eine Fiktion. Das ist alles besonders relevant, weil man sich fragen kann, also die Rechtsdeterminiertheit, an der man einerseits festhalten muss, weil die Polizei einen gesetzlichen Auftrag hat. Wenn wir jetzt wissen, dass die im Grunde genommen prekär ist, muss man sich fragen, wie in bestimmten Entwicklungen beispielsweise hin zum permanenten oder situativen Ausnahmezustand. Man denkt an den G20-Gipfel vor einigen Jahren in Hamburg und so weiter. Nicht sogar vielleicht auch die Fiktion der Rechtsbindung bröckelt. Also dass letztendlich Polizeibehörden sich immer mehr, auch gar nicht mehr so tun, als würden sie sich an diese strikten Vorgaben halten. Das ist alles relevant. Die Videos spielen in Strafverfahren eine große Rolle und nehmen ganz viele Folgeeffekte, dass beispielsweise vor Gericht immer mehr Videobeweise auch erwartet werden. Also führt das zu einer Tendenz, noch mehr aufzunehmen. Also das sind typische Technologie-Effekte. Function-Creep, dass eine einmal vorhandene Technologie sich weitere Einsatzszenarien sucht. Aber auch, dass sich die grundsätzlichen Strukturen der Überwachungsgesellschaft dadurch noch mal verstärken, weil beide Seiten, nämlich die Überwachten und die vielleicht Zurücküberwachenden in der Gegenüberwachung aufeinander treffen und sich in eine richtig gehende Spirale aus Überwachung und Gegenüberwachung reinbegeben. Und insbesondere die Machtwirkung und Ungleichheit vor dem Gesetz ist zu erwähnen. Damit sind wir wieder bei der Definitionsmacht. Es besteht die Wahrscheinlichkeit einer selektiven, also stärkeren Sanktionierung derjenigen Gruppen, die ohnehin im Fokus der Polizei stehen. Also besonders nicht eingehegte, radikale, transgressive Protesters. Der Videoüberwachungsprozess ist ein Machtverstärker für die Seite der Polizei beziehungsweise der eng mit ihr verbundenen Staatsanwaltschaften und so weiter. Natürlich ist diese Definitionsmacht nicht absolut. Sie wird herausgefordert, ich hatte schon gesagt, beispielsweise durch Gegenüberwachung durch Demonstrierende. Da würde ich eigentlich auch ganz gern noch drüber reden, aber das ist die Zeit einfach nicht mehr da. Ich hatte ja schon angedeutet, dass viele von den Effekten, die sich da einstellen, von beiden Seiten nicht intendiert sind, aber letztendlich in dem Zusammenspiel, in dem Antworten auf technische Maßnahmen der anderen sich quasi eine Vertiefung der Überwachungsgesellschaft unintendierter Art und Weise einstellt, weil man immer versucht, jemandem wieder zuvor zu kommen. Das ist angesichts der Tatsache, dass Polizeireform immer mehr auf Technologieentwicklung sitzt, durchaus auch bedrohlich, demokratietheoretisch bedrohlich, weil es immer wieder mehr um Ausrüstung und Aufrüstung letztendlich geht. Da schließen sich viele, viele Folgefragen noch an. Beispielsweise müsste man noch mal genauer analysieren, an welcher Stelle, wer, wann, genau, wie das soziologische Ermessen ausschöpft, was man machen könnte, um das ein bisschen in Grenzen zu halten, welche Risikokonstellationen für Overpolicing bestehen und so weiter. Fest steht jedenfalls, und das wollte ich zeigen. Die Polizei nur oder auch nur primär vom Recht her zu denken, trägt soziologisch überhaupt nicht. Das Recht bietet aber sehr wohl einen Anknüpfungspunkt für zumindest immanente Kritik. Zum Abschluss noch dieses schöne Foto, was eigentlich gar nicht so richtig was mit dem Thema zu tun hat, was ich aber versuche, in jedem Vortrag zum Thema Polizei einzubauen, weil es mir so gut gefällt. Was aber vielleicht ein bisschen darstellt, welches Bild die Polizei von sich selbst hat, was aber nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus der tatsächlichen Realität der Polizei ist. Und damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen, Kommentare, Diskussionen. In den paar Minuten... ...kompletten Neustart überlebt haben und dass das tatsächlich alles noch geklappt hat. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen und bevor ich jetzt hier Zeit wegnehme, würde ich gleich einfach mal direkt starten, dass wir Fragen vorlesen. Die erste Frage zum Einstieg vielleicht. Wo kann man denn die Ergebnisse dieser Studie finden und nachlesen? Na, zum Glück habe ich auf meiner letzten Folie nicht nur meine Webseite, sondern auch die Projektwebseite abgebildet. Da sollte man alle Publikationen, die es dazu gibt und es ist mittlerweile eine ganz erquickliche Menge finden. Ansonsten kann man mich auch schlichtweg persönlich anschreiben und ich habe alles in irgendwelchen Kopien, die in kleineren Mengen auch weitergegeben werden können. Super. Das klingt doch richtig gut. Dann komme ich einfach mal zur nächsten Frage. Wenn man politisch sehr aktiv ist und in seinem Ort Demonstrationen organisiert, wie stellt man sicher, dass sich die Polizei angemessen verhält und den Datenschutz der Teilnehmer respektiert? Durch die Pflege guter Beziehungen zur Polizei oder durch die Bereithaltung von Anwälten, um jede unangemessene Maßnahme sofort abzustrafen. Was funktioniert deinen Erfahrungen nach besser? Das ist ganz schwer zu beantworten. Es gibt da auch nicht den richtigen Weg, aber es ist eigentlich eine ganz interessante gestellte Frage. Wir haben das, also zusammen mit meinem Kollegen Philipp Knopf habe ich das untersucht, wie eigentlich Demonstrierende auf polizeiliche Überwachungsmechanismen reagieren. Und wir haben festgestellt, dass es sehr in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sich unterschiedliche Sicherheitskulturen ausbilden. Beide Extreme wurden jetzt benannt. Dieses auf absoluten Selbstschutz setzen. Das könnte auch noch so was sein wie schwarzer Block. Man macht die Reihen dicht, vermummt sich und so weiter. Oder man stellt eine große eigene Beschwerdemacht her. Das andere wäre möglichst kooperativ mit der Polizei. Beides sind Sicherheitskulturen, die unterschiedliche Erfahrungen widerspiegeln. Und beide können in bestimmten Grenzen wirken und haben wiederum ihre Grenzen. Es gibt keine nicht die zentrale Strategie, weil die Art und Weise, wie Polizei reagiert, von vielen situativen Faktoren abhängt. Das hat man sehr schön bei unserer Untersuchung der G20-Proteste zeigen können. Also manchmal ist es schlichtweg die Frage, ob der Raum übersichtlich oder unübersichtlich ist, die dann entscheidend ist dafür, ob jetzt unkontrolliertes Losgeprügel losgeht oder ob man es schafft, irgendwie professionell die Situation irgendwie zu lösen. Manchmal sind es aber eben, wie gesagt, auch Feindbilder. Und wir haben ja gesehen, also diese Demonstration, die selbst in der konservativen Presse als völlig problemlos und unproblematisch beschrieben wurde, ist illegal abgefilmt worden. Und da kann man wenig dagegen machen. Natürlich kann man immer wieder dagegen klagen, um feststellen zu lassen, dass diese Maßnahme nicht rechtskonform war. Das ist aber mühsam, man hat eigenen Aufwand und es ist, wie gesagt, hat trotzdem in der Regel nicht, ich kenne keinen Fall, wo das irgendwie eine Sanktionierung der Verantwortlichen zur Folge gehabt hätte. Deswegen ist man quasi prinzipiell auf der schwächeren Seite. Also gibt es keine für alle gültige Lösung. Ja, okay, danke. Nächste Frage. Was wäre ein konkreter Verbesserungsvorschlag anhand der in der Studie gewonnenen Erkenntnisse für die derzeitige Situation? Ein Verbesserungsvorschlag ist gut. Also zunächst einmal muss man soziologisch anerkennen, dass das eine Konfliktsituation ist und alles, was daran quasi rechtstheoretisch, demokratietheoretisch problematisch ist, ist nicht pädagogisierbar. Das heißt, man kann nicht mit der richtigen Ausbildung und mit der richtigen Regelung und so weiter das alles in einem Wohlgefallen auflösen. Und es liegt schlichtweg daran, dass es auch einen strukturellen Konflikt gibt. Also die Aufgabe der Polizei ist ganz abstrakt, Recht und Ordnung sicherzustellen. Recht und Ordnung sind gesetzlich nicht definierte Begriffe. Es gibt Konkretisierungen davon und so weiter, aber letztendlich impliziert das den Auftrag, den Status quo aufrechtzuerhalten. Der Protest in der Tendenz hat eine gegensätzliche Funktion, nämlich den Status quo zu verändern. Und damit ist ein Konfliktgeschehen quasi erstmal strukturell gegeben. Das ist nochmal besonders stark, wenn man sich ja so anti-autoritären, linken, außerparlamentarischen Protest und so weiter vorstellt. Das ist maximale kulturelle Distanz auch zu den sehr traditionellen in der Polizei dominierenden hegemonialen Ordnungsvorstellungen. Auch da gibt es einen Grundkonflikt vor jeder konkreten Situation, eine gemeinsame Konfliktgeschichte und so weiter. Alter schwingt damit. Trotzdem kann man einiges tun, um Sachen abzusprechen. Also man weiß aus der Forschung, es müsste viel mehr politische Bildung geben beispielsweise. Also die wenigsten Polizistinnen und Polizisten sind selber irgendwie politisch aktiv. Denen fehlt auch schlichtweg ein Verständnis für solchen Aktivismus. Man weiß auch, dass viele, was in der Ausbildung und im Studium für die Polizei geweckt werden kann an Grundverständnis und Zustimmung auch zu demokratischen Normen und Werten, verschwindet in der polizeilichen Praxis wieder, wo es quasi im harten Polizeialltag anders zugeht. Das heißt, man müsste da Mechanismen schaffen. Man braucht viel mehr Raum für Reflexion, man braucht viel mehr Kontrolle. Das ist ganz zentral eine unabhängige Kontrolle von Polizei. Die Polizei ist die Zuständige auch für die Kontrolle der eigenen Rechtsverstöße. Das ist natürlich keine Situation, die für ihre demokratische Einhebung sorgt. Also man könnte an ganz vielen Stellen was schrauben, aber trotzdem wird man die grundsätzlich konfliktäre Situation nicht in ein allgemeines Wohlgefallen auflösen können. Vielleicht belasse ich es dabei erstmal. Super, das klingt alles sehr spannend. Vielen Dank für diese ausführlichen Antworten. Ich mache einfach mal weiter. Sehen die PolizistInnen in der Videoüberwachung selbst eine objektive Maßnahme? Schreiben Sie der Maßnahme Objektivität zu? Wie beurteilen die PolizistInnen die Maßnahme? Ja, das ist wirklich interessant. Also in der Darstellung wird dem Objektivität zugeschrieben, obwohl sie, das muss man einschränkt sagen, offensichtlich auf einer abstrakteren Ebene wissen, dass das natürlich nicht objektiv ist. Das merkt man spätestens dann, wenn Polizei über Gegenüberwachung spricht. Also wenn es darum geht, dass Demonstrierende die Polizei filmen, dann wird gesagt, ja, die filmen doch immer nur irgendwie einen Ausschnitt und da sieht man gar nicht, was davor passiert ist. Und die schneiden doch da irgendwas zurecht, was ihnen passt. Und dann am Ende bedrohen sie meine Familie und verfolgen meine Kinder und so weiter. Das heißt, man weiß ganz genau, dass jedes Video eine perspektivische Darstellung ist. Aber man hält an dem eigenen Objektivitätsideal fest und vertritt das mit aller Macht. Aber wie gesagt, das resultiert auch aus der grundsätzlichen Situation von Polizei, dass sie auch nicht zugeben darf, dass nicht alles bei ihr quasi vollkommen rechtsdeterminiert ist, weil das wäre dann strafbar. Also das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum man in dem Bereich von illegaler Polizeigewalt nicht weiterkommt. Beispielsweise darf ein Beamter nicht, wenn ihn das Gewissen klagt, zwei Tage später den Kollegen doch noch anzeigen, der eigentlich da jemanden zusammengeprügelt hat, weil dann macht sich der Beamte selber schon strafbar. Er hätte es sofort anzeigen müssen, macht das aber nicht, weil er im Einsatz beispielsweise auch abhängig ist von seinen Kollegen. Es gibt ja Mikroabhängigkeiten und so weiter. Das heißt, die Organisation Polizei funktioniert so, als dürfte es keinerlei Abweichungen, keinerlei Spielräume, keinerlei normales, die Zufälle des normalen Lebens geben. Und das führt die ganze Zeit dazu, dass solche Zufälligkeiten und so weiter systematisch ignoriert werden und negiert werden. Und man so an diesen Objektivitätsfiktionen festhalten muss. Was ich jetzt, wie ich gerade lese, offensichtlich nicht mehr in das Internet, in das Allgemeine hineinrufe, sondern nur noch in einen kleinen Kreis. Ja, tatsächlich wird das alles aufgenommen. Ich würde fast sagen, in dieser Situation, also hier weiß man sowieso bei dieser Konferenz immer nicht genau, ob der Stream gerade funktioniert, aber ich würde sagen, wir machen das einfach für die Nachwelt und dann ist das als schön produziertes Video landet aus dem Internet und dann können sich das alle angucken. Wir hatten hier noch die weitere Frage, wie siehst du denn das zurückfilmen? Also wenn Demonstrierende auch die Polizei filmen, ist das erlaubt und glaubst du, ist das eine angemessene Lösung für dieses Problem der bestehenden Machtasymmetrie? Also als erstes muss ich gerade, ich sehe gerade auf meiner Folie, habe ich meinen eigenen Twitter-Namen falsch geschrieben, das ist richtig peinlich. Da steckt Text Recycling, also Text Recycling ist es eigentlich nur, aber gut, das ist jetzt so und ist blöd, aber zum Zurückfilmen. Ich finde das eigentlich die Kernfrage, es gibt einen Gegenüberwachungsoptimismus. Also unglaublich viel Hoffnung ruht in dem, ja in der Citizen Journalism, in dieser Omnipräsenz von Mitteln quasi polizeiliches Fehlverhalten zu dokumentieren und das wird auch ganz massiv professionalisiert. Es gibt ja Apps, wo man nicht sieht, dass gerade gefilmt wird, das Material wird gleich hochgeladen, kann auch nicht mehr konfisziert werden und so weiter. Diese ganzen Sachen, die der Ermächtigung gegen eine übermächtige Organisation, Polizei dienen, haben ganz, ganz viele nicht intendierte Nebenwirkungen. Ich würde sagen, dass ich am Ende zu dem Schluss komme, dass sie nicht ansatzweise in der Lage sind, dieses Machtungleichgewicht auszugleichen, sondern dass sie Effekte haben, die teilweise gar nicht reflektiert werden. Ich kann es an ein paar Beispielen zeigen. Also man stellt Filme mit Polizeigewalt, illegaler Polizeigewalt ins Internet, will das skandalisieren und eine Studie hat herausgefunden, wenn man sich die Kommentare darunter bei YouTube anschaut, stellt man fest, dass ein Großteil der Kommentare, also der größte Teil der Kommentare eher polizeifreundlich ist, dass sich dann sogar eine Vielzahl noch darunter findet, die zu weiterer Gewalt auffordert. Also etwas, was gar nicht anliegend derjenigen war, die das reingestellt haben. Es ist auch so, dass die Ubiquität von diesen Videos da auch mit dazu beiträgt, dass es ganz wenige nur sind, die es schaffen, jeweils die Aufmerksamkeitsschwelle zu überschreiten, die irgendwie von Relevanz sind. Ich hatte es vorhin auch schon als Antwort auf die andere Frage ein bisschen angerissen, dass Sicherheitskulturen sich bilden in Reaktion auf die Überwachung. Also den schwarzen Block nehmen wir das mal als Beispiel. Das ist eine Sicherheitskultur, die sich in Konfrontation mit einer massiv auftretenden Polizei bildet, die maximalen Schutz sicherstellen soll durch größtmögliche Anonymisierung und Abschottung und so weiter. Gleichzeitig hat man damit aber erreicht, dass man umso kenntlicher ist für die Polizei, umso mehr den Schemata entspricht, auf die Polizei anspricht. Was wiederum, als das bekannt wurde, zu anderen Innovationen geführt hat, wie so eine Out-of-Control-Taktik. Da will man wieder irgendwie nicht so ein fester Block, der klar lokalisierbar ist, sondern man taucht mal hier, mal dort auf. Aber es gibt ein dauerhaftes Spiel von Innovationen auf der einen Seite gegen Innovationen. Das alles trägt dazu bei, dass sich die Surveillance Assemblage, die Assemblage-Struktur der Überwachungsgesellschaft vertieft und vertieft. Weil beide Seiten Daten schaffen, also auch die Bilder, das ist ein weiterer ambivalenter Effekt, die Bilder, die Demonstrierende produzieren, um damit Polizeiverhalten zu skandalisieren, werden trotzdem natürlich auch von der Polizei verwendet und sind auch wiederum für sie eine Quelle von Daten. Es gibt grundsätzlich ein wachsendes Bedürfnis nach mehr Daten und letztendlich am schönsten kam das in einem Prozess in Österreich gegen den deutschen Studierenden, der dort wegen Demonstrationsgeschehen angeklagt war, zum Ausdruck, als der Anwalt des Studierenden gesagt hat, wenn nur die gesamte Demonstration aufgezeichnet worden wäre, dann wird es auch ziemlich klar werden, dass all diese Anklagen erstunken und erlogen sind. Also es gibt so ein paradoxes Interesse an noch mehr Überwachung. Also ich könnte darüber irgendwie jetzt noch ewig lang weitererzählen. Also das Wichtigste ist sicherlich, dass die Polizei ihre eigenen Deutungsaktivitäten daraufhin ausrechte. Das heißt insbesondere die immens wachsenden Social Media Aktivitäten von Polizeien sind eine Antwort auf diesen Medienaktivismus von unten, der dazu führt, dass die Polizei unter Umgehung der alten Kontrollinstanz oder Vermittlungsinstanz Presse eine eigene direkte Präsenz haben will und gerade im Protestgeschehen massiv ohne den Umweg über Presse eigene Deutungsmacht aufbaut. Und das ist unter anderem auch eine Antwort darauf, dass Polizei mittels Gegenüberwachung und so weiter kontrolliert wird. Also ich würde ganz, ganz, ganz doll warnen vor so einem Gegenüberwachungsoptimismus. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber das hat ganz viele Implikationen, die am Ende doch wieder in eine ganz andere Richtung gehen können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Peter, für deinen Vortrag, für deine ganzen schlauen Antworten. Ich fand das super spannend alles. Wir sind leider aufgrund von Zeitproblemen schon einiges über der Zeit und deshalb müssen wir jetzt hier leider in diesem Rahmen Schluss machen. Aber wir haben ja noch den Discussion-Raum. Das heißt, wir würden dich jetzt bitten und alle anderen von euch die Lust haben, da hinzugehen oder da vielleicht schon warten. Auf discussion.rc3.oyo.social kann dieses Gespräch jetzt einfach weitergeführt werden. Ihr könnt noch weitere Fragen an Peter stellen. Das ist so die virtuelle Version von nach dem Vortrag bildet sich ein kleiner Pulk um den Speaker. Und genau. Vielen Dank, Peter, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Dann viel Spaß beim Wetterdiskutieren im Discussion-Raum und wir machen gleich weiter mit einem Vortrag zu Uploadfiltern und Terror in der EU. Vielen Dank.